In einem ganzen Leben auf der Suche nach Wissen hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor tausend Jahren gestorben und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus neun Unterfunktionen. Die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpfer. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Sie müssen die Wettbewerden nicht abholen. Sie müssen die Wettbewerden nicht abholen. In diesem Bereich sind die Wettbewerden nicht abholen. Es ist die Wettbewerden nicht abholen. Hier läuft die Zeit davon, Elisabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese. Unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich. Obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich. Nur ganz kurz. Bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruin da vorne sind meine letzte Spur. Meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Was? Wenn das nicht Aloy ist. Die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also. Was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du's so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides. Beides. Tatsächlich. Aber. Ich sollte. Oh nein. Ich hab dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast. Und meine Familie. Hab ich geschworen, dir. Immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay. Aber. Wenn du mit mir kommst. Musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich geb dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ähm. Ich erklär dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon, seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay. Ich hab auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Ich sag mal, dass wir das machen. Besser. Okay, wir sollten weitergehen. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Der Boden ist rot gefärbt. Die Tage muss auf die Erde übergreifen. Die Plage befällt alle Pflanzen und verändert sie. Wenn sie sich weiter ausbreitet, wächst hier bald nichts mehr. Wir müssen was dagegen tun. Diese Ruin, da müssen wir hin. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Willst du springen und schwimmen gehen? Das ist am schnellsten. Dieser Tage reist du mit leichtem Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Das ist am schnellsten. Das ist wirklich ein weiten Weg bis hierher. Ein paar Mal hätte ich dich fast eingeholt. Aber es ist schwierig, eine Maschinenreiterin einzuholen. Du warst immer ein guter Pferdenleser. Sie pündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Sogar ein Hohsiung. Sogar sie haben eine Maschinenreiterin. Sogar sie haben mit einem Behandeln. Sogar sie aus der Aboit und jetzt sind sie der K san��로 ab und super. Sogar ist sie nicht mehr. Vielen Dank. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholds. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Eine Leiter. Aber ich komm nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles fertig. Ich auch. Pfeile sind bereit. Klappt. Nach dir. Bei der Gürtel. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, ähm, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Hier runter. Schnell zum Gras. Sowas hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. 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 Konzentrieren. Da kommt noch einer. Woher weiß der Fokus das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja. In der Art. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Diese Maschine wurde auch erschossen. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Wir gehen in eine Ruine der Reifen. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Hier durch. Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobeck. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Das sollten wir aufbrechen können. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind Sie jetzt? Was stinkt hier so? Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht. Und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Aloy, hier drüben. Ich glaube, ich habe da was. Das ist wohl ein Osseram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Hm. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Armer Kerl, die Säure fraß ich durch die Rüstung. Ganz schön viel Zeug. Die wollten hier wohl eine Weile bleiben. Maschinenkabel stärker als Seil. Ein Maschinenteil, vielleicht zum Reparieren. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Da, ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Das ging besser, als ich dachte. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Wofür ist das nur? Oh, vielleicht komme ich da hoch. Was ist das? Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dahlgaard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen. Selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Wow. Hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst. Wir suchen dir einen anderen Weg. Nein. okay ich muss die leiter für wahl runter lassen eine vorratskiste ich glaube ich kann den zugwerfer benutzen das hat nichts gebracht schießen funktioniert nicht danke menschen homo sapiens wir wir haben die grenzen immer getestet als entdecker pioniere wegbereiter und jetzt macht fahrsen es einen sprung in die zukunft daher sind wir stolz der odyssee neues leben eingehaut zu haben fahrsen es braucht für das was unsere regierungen schon in der umlaufbahn abgeschrieben haben weniger als ein jahrzehnt doch das ist erst der anfang wenn das schiff fertig ist reist die odyssee mit ihrer crew an einen ort wo noch niemand vorher war das syria system dort wird die erste kolonie den menschen im all entstehen die odyssee braucht 300 jahre für die reise doch wann immer wir in den nachthimmel schauen wissen wir dass sie unterwegs ist und in den worten unseres gründers den verstorbenen peter gewumbe die wahre natur der unsterblichkeit ist daten beschädigt wiedergabe angehalten die alten konnten in den himmel fliegen zu den sternen also ja quasi das schiff die odyssee sie ist nie am ziel angekommen etwas lief schief und sie ist explodiert gab elizabeth ihnen deshalb ein backup von gaia für die kolonie fehler presentations datei beschädigt rekrutierungs datei für mitglieder verfügbar möchten sie sie reaktivieren ja reaktivieren wir alle kennen die prognosen wirtschaftliche instabilität neue infektionen defekte kris wie lange wird es dauern bis eine katastrophe die elite in zu große gefahr bringt wir bei farzinev glauben dem unvermeidlichen zu entkommen also greifen wir nach den sternen sie haben gesehen was wir hier aufbauen die infrastruktur für den bau der odyssee ein hochmodernes rechenzentrum das technologischen fortschritt vereinfacht und sie haben gesehen wie wir die öffentliche wahrnehmung steuern seien sie dabei und investieren für ihre koje auf der odyssee erhalten sie ihren lebensstil überall auch jenseits der erde den untergang der welt sahen sie schon aber sie sind noch nicht wie also war alles was sie damals über den nächsten schritt der menschheitsakten eine lüge diese leute wollten nur ihre eigene haut retten tja aber es klappt am ende nicht dieser oswald sprach von einem rechenzentrum da das bäcker das sollte da drin sein da kann ich nicht drüber schwimmen dann müssen wir außen rum komm schon wirklich unglaublich dass die alten fliegen konnten sie konnten enorm viele dinge gute und schlechte hier ist alles völlig zugewachsen ich sollte das ding aus der wand ziehen können weiter rein in die unheimliche ruine das ist alles so 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 Untertitelung des ZDF, 2020